Hi YouTube, wir haben immer noch Dienstag und jetzt baller ich Walking Dead durch, weil jetzt ist genug Zeit da, deswegen, wieso nicht? Und zwar, mit der dritten Staffel, Folge 4, Dicker als Wasser. Let's go! Nein! Du Monster! Du bist ein Stück Arbeit. Tut mir leid, ich glaube, dieser Schwarzpferd ist an, warum auch immer, war das eben auch da? Oh, das kann man gar nicht ausschalten. So, grafisch, der macht das einfach von selber an. Ah, sorry. Du weißt, das war doch in der vorherigen Folge, in der vorherigen Episode nicht. Fuckin' Garcius! You, you, you took my goddamn guts out! In your goddamn brain. Joan was in on it. We did it on her orders. I'm, I'm sorry. It is too late for sorry, you backstabbing shitbag. I'll help you. I'll tell everyone in Richmond about this. Maybe he'll be useful. Thank you! Thank you! I needed that. Come on, we have to hurry. Wait a second. David told us to come here. He's talking to the others now, trust me, shit's about to fly. I knew I could count on you, brother. This is not over, Joan. I have friends here. Allies. Tja, hat alles nix gebracht. Deine Entscheidung bestimmt in the period of this game. The story hängt davon ab, wie du spielst. Later up. Flashback, ja man, Arcade. Home-Run-Darks. Oh, ja. Das macht mich besser fühlen. Mit einem Fan kann ich nichts ausschlagen. Das ist ein kleines Kind, natürlich. Wenn er jetzt darüber sauer ist, mein Bruder, ne? Okay, ich muss den Ball jetzt wegschmeißen. Weißt du was? Er teilt dem Kind eine Lehre. Da steht da, fuck off. Nicht für eine Reise. Get a job. Get a job. Get a job. Ja, das ist doch kein Fan, der wollte doch nur Geld machen, ne? Schwingen und Verfehlen trifft den Ball, natürlich. Schwingen. 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 Du hast es in den, nicht wahr? Das sprechen Sie besser fühlen? Ja. Das versuchen. Schwingen. 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 Du weißt, ich noch nicht mehr so tun. Ich kann nicht glauben, dass du hier wirklich nicht gekommen bist. Wenn ich in deinem Situation bin. Und die Abwechungskägen. Na, danke für mich. Ich brauche die Verstattung. Ich brauche die Verstattung. Und... BAM! Oh, Garcia ist auf Feuer! Ich denke, dein Ego hat viel增加iert. Nächste Mal gehen wir zur Verstattung. Ich schiebe wirklich nicht. Aber ich mache es. Und ich bin gut an es. F***. Du musst aufhören. Schwinge Ding. Mein Arm ist schwarb. Oh, komm mal. Du bist ein Wuss. Haha. Ich habe dir das gleiche gesagt. Du hast es gemacht? Ja. Nachdem wir jünger waren. Ich erinnere mich, dass ich dir gezeigt habe, wie ich dieses Spiel spielen wollte. Na, lass diesen Superstar zurück. Schau das. Oh mein Gott! Der Krug ist riesig. Ich verstehe es. Du musst es nicht in meine Gesichter schrauben. Ich bin fertig. Ich bin fertig. David... David... David! Was ist falsch? Komm zurück! Ich kam hier, um mich zu verbinden. Insofern willst du mich einfach zeigen. Was ist passiert? Hey! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Du wirst nicht verstehen, weil du nur über dich denkst. Und ich habe das Angst. Es ist schon seit Jahren. Du hast immer immer über dich aufhören. Du hast mir immer versucht, mich zu helfen. Du hast versucht, mich zu helfen. Lass mich dir helfen. Du willst wirklich helfen? Okay. Alles klar. Mach mich nach dem Rekrutierungshof. Nächste Woche. Der Armee? Mein Job... ... tut. Kate und ich kämpfen wie Katzen und Töten. Ich bin zurück in der Armee. Ich hatte einen Ziel da. Ich hatte Respekt. Ich hatte Respekt. Ja. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich werde dich nicht aufhalten. Du kannst dir helfen. Oder? Du kannst sie nicht aufhalten? Du kannst sie nicht aufhalten? Ich muss das wissen. Ich muss das wissen. Ich werde da für sie. Weil du nicht. Wenn du gehen willst, musst du gehen. Danke. Ich meine wirklich. Wir sind gut? Ja. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Ich kaufe dir eine Bier. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Auf der Straße. Schmeißt du? Kannst du uns jetzt helfen? Das ist weshalb ich dich schon schockiert habe. Das ist alles. Das ist alles. No, no. Jones macht einen großen Fehler. Nein. Du hast einen Fehler gemacht, wenn du sie versucht hast. Hey. Everybody just take a breath, all right? I was just trying to tell them that's your mistake right there. You can't fight everybody. Understand that Jones is not looking for revenge. She just wants order. Yeah. Nehmen sie alle um und so rumkillt. There's still a way through this. But you've got to let Jones enforce the laws. I'll... I'll see what I can do. What, you're gonna choose that witch over me now? Better start leaning on your brother, Javi. He needs to get with a program. Clint. Clint. Just relax. And trust in the process. Ne? Weil... Ich glaube, der... Der war nämlich auch voll enttäuscht davon. Der Arzt hat einfach nur Angst. Ergh. 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 This is bad. What are we gonna do? I never trusted Joan. I didn't think she turned on me like this. David, hey. I thought I had it handled. All of this is my goddamn fault. I should have seen it coming. But I dropped the ball. Big time. Hmmmm. Wir stecken gemeinsam drin. I'm right here with you, man. We're getting out of this. Together. Thanks. I keep doing this. Making the same stupid mistakes. Hoffentlich weg. You gotta stand and face your problems. There's no army to run away to like you did years ago. Yeah. I hear you. You need to be careful. I don't care what's gonna happen to me. I'm most worried about Kate and Gabe. They gotta survive. No matter what. You can count on them, okay? Kate's level head got us out of more than a few gems. Yeah. Okay. No matter what we do, Jones already poisoned this well. We've got to figure a way out of Richmond. All of us. All of us. This time tomorrow, we'll be together. And safe. You never give up on anybody. And I'm not going to give up on you. He didn't know about it. He didn't know about it. Of course. With AJ is always funny. But maybe it'll be done. So glad to see you boys getting along. Armed escort. You're that scared to face me? Oh David. I'm not scared of you. I came here to talk. Not fight. You're not going to be a problem. Are you? I just want a calm discussion. Between us. You've got the guns. You set the terms. I'm glad you're willing to work with me. It's sad how we ended up here. But Clinton Lingard agree. You've become a problem. Tomorrow morning I'm going to call for a gathering in the square. The people deserve to hear a full explanation of your arrest. And then? Then you'll be replaced as head of security. No one's about the law, David. Not even you. I know the laws, Joan. You're the one breaking them. David deserves a fair shot. He doesn't need to be replaced. If he was as good as you say, he wouldn't be in this position, would he? You set me up. Everyone's going to see through your lies. I did what I had to do to keep the people of Richmond safe. They're going to see that. And they'll also see that the biggest threat to them right now is you. We'll debate all of this in the morning. Right now, David, I need to ask you some questions. In private. Bring him with us. How do we get out of here? School. We'll sit first. No time to rest. Damn. That doesn't look very sturdy. Hm. 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 That pipe looks loose. Hm. Also, bei uns sind die ja aus PVC, daher kannst du damit auch nicht viel machen. Duschkopf? Well. That's about the kind of day I'm having. Is a really good one. Let's take a look at the side. It's a different character. How do I get out of here? The way I get out of here. Oh, turn my eye on the edge. Hmm. Let's take a look at that. Okay, let's take a look at that, huh? That's a big deal. Ah, jetzt brauchen wir den Hocker. Machen wir mal auf, mal gucken. Okay, wir brauchen den Hocker und dann... Rohr benutzen, können wir ja nicht machen. Die Tür wird bestimmt zu sein. Nimmt er den jetzt? Hallo, nimm den doch. Jetzt muss ich jetzt erst mal die Tür benutzen, damit der checkt, oh. Oder vielleicht von hier. Dann probieren wir die Tür, sind wir erst mal schön laut. Surprise, surprise, ist abgeschlossen. Locked. Ich komme nicht durch hier. Jetzt hauen wir ein bisschen mit dem Hocker drauf. Das wird nicht funktionieren. Können wir jetzt den Hocker nehmen? Was sagt er hierzu jetzt, wenn das Ding fehlt? Es ist ein langer Zeit, seit ich den Hocker nahm. Oh, und ich kann einen benutzen. Schade, dass es hier keine Wasser riecht. Ah, jetzt kann man einen nehmen, okay. Clear. Hebelwirkung im Rohr oder so. Hebelwirkung im Rohr oder so. Jetzt wird's ernst. What's all that noise? It's a herd. They're outside the walls. This way. Come on. Kate didn't want to stay at Dad's house. Where are you taking me? Eleanor found a place. She sent me to find you. While they hide out. Geht's Kate besser? Is Eleanor unsere Rettung? Thank God for Eleanor. She's a lifesaver. She saved Kate. And I'll never forget it. I was pretty scared. Me too, buddy. Me too. We should probably keep moving. Keep moving, 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 moving. I can't believe you found me. I looked everywhere. Huh. Nice work. Thank you. They still got your dad, though. He's gonna be okay, right? I mean, these are his people. They're just arguing, aren't they? They wouldn't do anything yet. They're doing what they can. I'm working on that. To tell you the truth, things don't look so good for him right now. What? Then we have to help him. We gotta meet up with the others first. All clear. Come on. Clear. Kate keeps pushing us to leave. You have to make her stay. We have to stay until Dad's free. We can't leave Dad here. Not after we found him again. I think from Kate up. I can't make Kate do anything she doesn't want to do. She's wrong about this. She'll see. Convince her. Hold up. Yeah, that's what Kate needs to know. And not just that we're going to throw it away. The place here is on the ass, man. We couldn't do things in the other way. We'll fix it for us. We'll get your dad back and our family back together. Okay. That's Eleanor's place. We made it. Great. Let's get in there. Oh, no. Oh, that was close. Yeah. Squeak. Squeak. A new world. The walking dead in New Frontier. The walking dead inside. The walking dead inside. The walking dead in New Frontier. Hm. Folge 4 Die Kerlswasser Endet Folge Episode Das ist die erste Folge der Episode 4 Loading 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 Was ist die 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 Was ist die 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 Oh, hey. Hey. Tripp, schau, wer hier ist. Hey, Leute. Hey. Wo hast du denn? Joan hat mich und David in den Spur. Wenn du es glaubst. Great. Also hast du diesen Leuten mehr Grund, um uns zu lieben. Was ist hier in Richmond passiert? Du wirst mehr über diesen Ort, als der Rest uns. Was machen wir? Wir können einfach nicht von Joan vertrauen. Sie versucht, David aus der Kraft abzunehmen. Ich sagte dir, wir können ihn nicht vertrauen. Ich bin sorry, was mit David passiert. Aber wir sollten hier rauskommen, wenn wir die Chance hatten. Wir müssen trotzdem raus, Javi. Los geht's. Pass auf dich auf. Ich kann noch nicht weg. Wir brauchen einen Plan. Hä? Wir brauchen einen Plan. Wir haben fast schon letzte Mal getroffen, als wir einfach eine Runde für ihn gemacht haben. Haben Sie euch überhaupt aus der Tür geschaut? Geh schau dir selbst. Ich meine klar, wir können nicht hier bleiben, aber... Ich weiß nicht, einfach abzuhauen und den Bruder allein zu lassen, das ist schon scheiße. Oh. Oh, die Scheiße. Die sahen zwar echt kacke aus, aber das waren schon viele. Auch wenn du deinen Bruder frei bekommst. Du wirst nicht irgendwo gehen. Hä? Schau dir an das. Wir sollten uns verlassen, wenn wir eine Chance hatten. Jetzt sind wir hier drin. Ah, es tut mir leid, du hast recht. Ich bin sorry. Ich sollte dich mit dir verlassen. Ich denke, die ganze Welt ist jetzt kacke. Es scheint, wir sind in diesem Ort und ohne. Ich fühle mich sicherer mit ein paar mehr Schäden, um uns selbst zu beschützen. Ist das jetzt der wundervollste Weg zu machen? Das ist verrückt. Aber David, ey, das kann nicht sein. Er ist mein Bruder, Kate. Ich muss es. Okay. Wir müssen uns zu retten, David. Verdammt recht, wie wir es tun. Und wir müssen uns mit diesen Mordern treffen. Ich weiß, wo es gibt Schäden. Mordern. Mein Vater hat mir gezeigt. Der Armoury. Der Armoury. Der Armoury. Der Armoury. Good idea. Eine kleine Gruppe sollte gehen. Okay. Sounds like a plan. Wir werden hier zurück, als wir können. Good luck. Komm her. Kate, ich... Just be careful. Mhm. Das kennen wir alle. Weißt du, was ich meine? Es passiert. Es passiert. Besonders in diesen Tagen. Don't worry about it. Thanks. Just... Shouldn't have pushed it with her like I did. Was it fair? Too much going on already. Right? Javi, come on. Just... Give us a minute, pal. I'm sorry, buddy. I just... I don't know what to do. Just follow your heart. That's all, was any of us left anymore. Right? Thanks, man. I'll talk it over with Eleanor. And watch over things here. You've got my word. I won't let anything happen to anyone. Thank you. Javi, come on. 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 Don't let me see you. Not that my dog is broken through the door. Come on. Come on. Look at that God's... Stay frosty, gents. What's that mean? Like... Stay cool, buddy. Oh. I've done this before, Hobby. No, you haven't, Gabe. Not really. Some decisions, you make them in a split second, and then have to carry them the rest of your life. You understand? Yeah, I think I do. How can we trust Ava that she won't turn us in? Can we really trust her? Your father trusts her. And we trust him, right? Yeah. Then we should be okay. I hope. How do you know when you can trust someone? I feel like I've never really known anyone, other than you and Kate, Mariana, and my mother and your father, and my mother and her actions. They can try to confuse you with their words, but someone worth your trust does good things. Makes sense. I think we're up. She sure is a big help. What did you say? Hey, I want to show you something. My baseball card collection. What? Oh God. How does he get in here? Yeah. So, to press. Okay. Ich dachte, was fängt denn dann zu piepfen? Ava sagte, es würde hier sein. Es ist hier. Die Schäuze sind durch die Tür. Locked. Keine Zeit für eine Schlüssel. Ich muss das so machen. Oh mein Gott. Das ist doch jeder. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho. Sorry to scare you. When we get back to Eleanor's, we need to talk to those people about doing the right thing by this place. I'll meet you at the entrance. Oh, ho, ho. Oh, 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 ho. Ha, ho. Ho. Oh, ho. Ich dachte, das Spiel ist hängen geblieben. Lass mich den Schmerz sehen. Es ist wirklich schmerzend. Du brauchst es, das zu erledigen. Scheiße. Nein, es ist okay. Lingard und David sind nahe Freunde. Wir können auf ihn helfen, dass wir dir helfen. Die Medikamente ist nahe neben dir. Es wird diese Nacht auch kalt sein. Okay, aber lass uns schnell sein. Das Messer einfach da lassen. Wollen wir mal wieder eine gute Idee? Beweismittel zurücklassen? Nicht diese, aber einige Modelle. Javi, es ist wahrscheinlich besser, wenn Lingard diese Schmerzen nicht sieht. Wir haben ihn und David sind kalt, aber er ist noch Teil des Liederschafts-Kanzels. Ich werde mit Ava warten. Okay. Wer hat einen Laser-Site? Clem? Scheiße, Javi, was ist mit dir passiert? Ich habe mich in ein kleines Schmerz. Oh, das sieht aus, dass es sich schmerzt hat. Ich muss es einfach ausziehen. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Ich dachte, du wäre jemand anderes. Alles gut. Uh, ich brauche Hilfe. Du hast etwas? Meistlich. Ich weiß, dass es schlecht aussieht. Aber es ist nicht so... Es ist nicht so, was? Ich bin nur hier, um mit Lingard zu sprechen, über woher A.J. ist jetzt. Insofern, ich kann nicht in Richmond werden mit dem Herd draußen. Hat er vollgepumpt mit Gerogen oder was? Achso, ne doch nicht, okay. Hast du sowas schon mal gemacht? Hm, lass mich sehen, ob ich eine Kugel und eine Kugel für das. Clem, bist du okay? Ich bin okay. Ich habe angefangen zu schrauben. Ich weiß, es ist eine Sache. Ich habe mit Frauen vorhin, und sie haben alle das. Was ist das? Ich meine, warum ist das? Ich verstehe, ich verstehe. Ich habe mich schon erwachsen. Das bedeutet, dass du... ...wennst du... ...wennst du... ...wennst du... ...wannst du... ...womenswende. Ihr Körper entwickelt und... ...wennst du... ...wennst du... Aber es wird okay. Okay. Ich kann dich zurück nach Kate. Sie kann dir helfen. Javi, warte mal um dich zu Hause. Ich blute auch. Obwohl ich schon erwachsen bin. ...wennst du zu Hause. Oh, genau. Ohrfeige verpassen. Warte mal! Das hilft immer! Wow. Dieser Mann ist wirklich aus. Okay, dann würde ansprechen auch nichts mehr helfen. Was sagt Clementine? Achso, das stand ansehen statt sprechen. Hat er hier eine Kaffeemaschine oder so? Wie holt man denn... ... einen, der sich grad was verabreicht hat wieder raus da? better than. Wir brauchen Peroxid, oder wie ihr das hieß. Das auch. Hm. Können wir uns jetzt entscheiden? Oh. Ah, ja, kommt. Egal. Es ist ja nur, weiß ich nicht, ein bisschen für den Arm ist jetzt nicht so schlimm. Wenn wir jetzt die Schwangere oder so, wäre es was anderes. Wie das ja im zweiten Teil war, ne? Mit AJs Mom und so. Ah, nur Pilder. Pilder, hey, grab'n Pilder. Hier we go. Oh. Da haben wir was für Clementine gefunden. Äh, ansprechen. Hey, this is just what you're looking for. Neh, heh, heh. Ja. Ja. Helpen dir das zu handeln. Kate will take care of you. Ich denke, ich erinnere mich, wie ich das machen soll. Ah, doch, da hat sie was. Okay, hält still. Es ist gonna suck. Okay, der steckt das aber ganz gut weg. Look, I know I'm probably not the best person to talk to about that stuff before. You weren't that bad. Mhm. Thanks for, you know, being here. Basically, all this means is you could become a mom if you want it. Funny. I already felt like a mom. Hm. Even Ava would have to admit, I was a good mom to AJ. Flashback. Oh, noch hier? Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass Jill nicht zu lange warten. Klick doch hier für das nächste Video. Und vielleicht ein Abo dalassen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Amen. Ciao. Bye. 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 Vielen Dank.